So, wir nehmen mal Hier unten Was denn jetzt? Welche Fenster? Also blüßen? Ab hoch! Ich bin schon unten jetzt Ja, trotzdem abbrechen Ich geh in die Dusche jetzt ran Musst du wieder hoch gehen Musst du wieder auf Trieb noch kommen Musst du den Aufweg nutzen Da kommt Ena Tavi Dumme Hure Ach, bei beiden Waffen Nix mehr drinne, hör doch auf ey Alles Lego Schatz Ich leg dich doch einfach ins Knie, ich bin komplett Oh, das war's Oh, das war's Oh shit Oh Oben ist Ena auf'n Dach Wann was sind das für Müllwaffen? Was ist denn für ne Scheiße hier, was du hier findest? Ich geh mal rüber Hat denn das markiert, hier auch mal hier zu landen? Keine Ahnung Voll die Rechte auch Voll die Rechte auch Fangen mal ey Ich stehle ihn nicht mehr Ich stehle ihn nicht mehr Ich stehle ihn nicht mehr Ja 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 Ach, direkt neben dem Loadort Und hier nebenan war's Kopffeld Oh, er hat mich wirklich noch weggesniped bekommen? Was ist los? Ich lieg unten im Keller, der hat mich irgendwie von prisoner weggesniped Komm mal Ich bin hier an den Treppen Kannst du hier hochkommen? In einen kleinen Raum hier rin Platziere Panzerabwehrmine Hochmittel Oh sie kommen Ja ja, mach sie kommen Unten Willst du mich gleich hoch? Platziere Panzerabwehrmine Da war ne Plattenbox Ah ok Ich bin hier Ich bin hier unten Ich bin hier unten Genug betäubt Ah, zwei Leute hier unten Warum geh ich denn da auch runter ey Mit Milano und allem drum und dran Jetzt geben sie sich Platten Komm hoch Oh, er brennt nicht noch nach Hier einer ist fast ko Der ist auch ko bei mir Der ist auch ko bei mir Pass mal rein Robert da gegenüber Ah, scheiße Scheiß Dreck Jetzt hier Oh ja Das war jetzt nochmal richtig Hier holst du mich? Ja, das war der Einzelne der wirklich noch Ich dachte ich cutte das Boah, von der Nova wird man direkt weggefetzt Ja Wir müssen nur los ey Wir schnell equippen und dann weg Ja Ja Problem Hier noch meine Waffe Das ist mal links runter Ja perfekt ja Aber warum ist denn auf dem Dach? Da sind auch Gegner Oder wir müssen schon vorher in der Zone am besten und wieder ins Haus Rücken vor Irgendwann meine Waffen sind weg Wo ist der G4? Meine sind auch weg, na Merken wir es auch nicht Aber meine Waffen sind Das sind jetzt hier Ja Moment Kommen Ich bin drüben Oh, da unten kommen zwei Pascal Unten links Ja genau Schnell ins Zielgebiet Ah, Cursor Robert kommst du mit? Hm Aber hier sind Gegner gleich Vielleicht ist er schon da Er hat statt vor uns Hier sind nochmal Platten, falls ihr ihn braucht Ja, 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 ja Sie kommen rüber Kommen gepusht Oben am Fenster Och man, wenn ich nachlade Was ist denn das für eine dreiste Bude, Alter Dass mir dann wieder ein Push kommt Zwei K.O. Oben am Dach ist auch noch einer Okay, dann hat sie wieder hoch Er holt den Fixer Bestand fast Alles gut Aber ich kriege dich im Gang Das Gas rein Ich muss ihn erst mal platten gehen Wissen wir erst mal platten gehen Wissen wir erst mal platten gehen Wissen wir Gut, gut, dieser Schock Ah, drüben sind sie immer noch Zwei Stück Was ist denn vorher, ey? Müssen wir eigentlich schon jetzt irgendwie loslaufen Kannst du unten links lang schaffen? Hier ist Loader 2-0 Alles klar Lass das Schlag gestalten Ich habe noch eine Gasmaske fest und den er keinen hat Links unten unten Probier es auch mal Feinde landen Da oben war einer Ach ne, Rakete Das war die Rakete Sorry Woher geh ich? Ja Lieber einmal zu viel Wurde beschossen gerade von Donko Moonboxer Ja Vorne in dem Kleinen Häuschen Genau Oh, Miss Ena Die sind Enau über uns Ich krieg ne Macke Ey Vorsicht Enau hinter euch Oben aufm Berg hoch Wir müssen zur Sicherheitszone Einer Shieldbreak Einer K.O. Jetzt belebt er den wieder Ja, jetzt belebt er den wieder Ja, jetzt belebt er den wieder Genau Genau Über dir irgendwo Liegen jetzt beide im Busch flach Das ist stark, ganz stark Wunderbar Oh, jetzt kommen die mit dem Heli hier rübergeflogen, ey Ach man, hör auf mit dem Fack Heli, du Hurensohn Wie kann man das denn mit dem Das kannst YOU auch Neue Sicherheit 10 1 2 5 5 5 6 6 Ach, sei leise. Arme Eli. Ich probiere jetzt den einen zu holen hier. Rausgesprungen. Der ist jetzt oben an der Mauer. Hier, wo der grüne Marker ist. Ich habe einen von denen. Da ist einer. Ja. Hab ich im Blick. So ein Fehl gegen zwei Einzelne. Der guckt immer hier oben. Der muss aber bald runter. K.O. da oben. Hat jemand einen Prezi? Einen grünen Marker direkt K.O.? Der ist tot. Der anders Richtung Shop. Ja, hier. Der wird gerade auf der Maske angezeigt. Auf der Map. Der ist hier irgendwo. Bei mir. Bei mir. Fast Shield Break. Hier, live Mark. Ja. Ja. Oh, gut ey. Echt gewohnt. Oh, das wird doch wirklich mal Zeit. Ich war aber eine aufregende Runde hier. Boah, hell. Hallo. Er ist als erstes in den Begaben schon wirklich. Jetzt zum Schluss wieder die Wichtigen. Wisst ihr? Da sind sie denn doch schon die Spreu vom Weizen. Wichtig war das Team da zu witen. Das war wichtig. Ja, das war halt schwierig, weil die nahe im Busch waren. Ihr konntet da halt nicht rindaschen. Das war extrem wichtig, ja. Aber ihr seid ja nochmal wieder gekommen. Aber man hört echt nicht mehr so viel, wenn jemand im Fallschirm hinterein landet. Hat ja nicht.